hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen panko bus let's play part jo ich habe sand geholt sehr gut ein bisschen holzkohle hier habe ich eisen drin und hier auch jetzt wechseln wir mal aus wir brauchen ja noch mehr glas genau sandslap haben wir noch wo mache ich die rein irgendwo ist die genau hier so ich brauche jetzt momentan viel eisen für die kisten hier habe ich ziemlich ein paar sachen rausgenommen schon mal sonst die vielen backpacks glaube ich gelernt ja ein paar habe ich noch nicht dieses backpack und dieses backpack ja da habe ich noch den koppel drin den wir brauchen für die stadt jo genau also haben wir noch mehr eisenbahn sehr gut und ja das glas können wir nicht dort machen wir gehen schon mal rüber und versuchen noch ein pferd zu finden und so für dort ich will mir noch ein bisschen die gegend anschauen dort vor allem alle hoffen dass dann ja eine wüste oder so kommt mit kamelen und so weiter genau ich muss hier unten hin genau so sind wir wieder in der stadt also hier haben wir jetzt nicht wie viel der in verschiedene bäume nimmt ja zwei arten ich muss ein paar sachen glaube ich wegnehmen also ich denke von dunkel haben wir jetzt mal genug schwarzeichen setzling genau ich möchte den mangrohen kömling haben ich möchte meinen eigensetzen rausnehmen wirken möchte ich eigentlich noch haben nehmen wir wirken raus die drei brauche ich auf jeden fall fichten auch im momenten nicht und azalee brauche ich so haben wir euch wo haben wir den azalee setzling überhaupt hingetragen der muss irgendwo hier sein ähm schauen schauen nach dieser wurzel was das ist oh er ist nicht hier dein ernst übersehe ich den gerade oder habe ich den im backpack drin okay das ist ein bisschen blöde was haben wir gesagt wir machen ein haus wir machen zuerst den bau die bauhütze nochmals grösser ja was soll ich tun wenn ich den nicht finde wo habe ich den hingetan den habe ich wahrscheinlich in die pflanzen kiste getan ach Mist einen kirschsetzling habe ich auch noch gefunden den möchte ich hier anpflanzen äh hallo ich habe doch das ausgerüstet so und ähm genau wir müssen noch hier hinzubauen bauoptionen dann aufwerten rahmen brauchen wir regal brauchen wir wieder genau glas 1 einfach beckenstamm und so eine fichtenholztür okay merken so also wunderbar ist gleich schon mal dunkel ja es gibt viel zu tun mit dieser stadt hätte ich jetzt nicht gedacht das ist ja so ein bisschen herauszögert aber es ist immer toll etwas zu machen genug arbeit zu haben und so weiter oder und das freut mich so also möchte ich den sand mal hier eintun so und genau ich brauche ein regal wie ging ein regal schon wieder ich sah ich habe doch drauf geklickt das ist alles alles wegen dem Buch hier so den regal das richtige regal oh es gibt so viele regale und irgendwo ist nicht das richtige regal ähm genau wo ist das richtige regal da okay das bautool eisenklumpen okay das bautool ist hier eisenklumpen kann ich kurz herstellen und das glaube ich in der mitte war es genau so ich hoffe wir brauchen nicht mehr regale jetzt ist nicht so gemerkt aber jo und dann war noch etwas also glas war genug jetzt und ja komm machen wir nochmal sand rein so noch eine kohle bitte ja gut ja fangen wir mal an ich gebe das gleich mal hier hin so irgendwas war es noch bestimmtes äh ja wo war das schon wieder zum beispiel hier Birkenholzknopf Birkenholzstufe Birkenholzzaun entrinderter Eichenstamm oh Dichtenholzrahmen war es okay in Rahmen ich hätte gerne einen Rahmen mit Leder okay ja Leder haben wir leider hier auch nicht haben wir denn genügend Eichenholzstamm nein muss doch ein paar Sachen noch holen Inventar ja hier haben wir auch noch keinen natürlich okay machen wir das mit dem Pferd zuerst ähm ja wir könnten ihm noch Eichenholzbretter und so geben wenn die braucht eigentlich ein Holzknopf war glaube ich auch Halfstep und ja das sind Fichten und Birken haben wir kein Holz und das haben wir da drüben oder haben wir hier das Holz ja sehr gut also nur kurz mal die Sachen machen die ich brauche äh Druckplatte war es auch ähm mehr auch Treppen noch mehr Treppen und dann nochmals die Half-Steps oh ist ein bisschen zu viel oh ja ich habe den anderen Stecker auch noch gebracht okay und Fichtenholzblätter ähm das muss ich nachschauen also in und auswendig kann man sich natürlich nicht merken ja nicht du sondern das da benötigt die Dessourcen ah Beckenholzknopf war es nicht wir haben hier noch entrindet das Fichtenholzpanel Fichtenholztür Rahmen 4 sogar und weisse Wolle okay ähm ich gebe dir das mal so jo ähm geben wir das noch gut hier haben wir noch ein paar Seas die sind aus diesen muscheligen Sanden also Sand ist am Meer gibt es auch Muscheln und wir bekommen irgendwas über was ich jetzt noch nicht sehe und Smarakt und Essen also das was drinnen ist in der Muschel Fleisch okay sehr gut Goldklumpen auch wow also ich möchte gerne das mal noch aufsparen Joro Eisen Joro Eisen jetzt auch noch gut der Sattel haben wir also jetzt können wir mal gehen und ja er braucht irgendwie noch Sachen aber die muss ich ja holen ja jo und der Holzhärre tut hoffentlich mal etwas machen er ist noch ein bisschen langsam ja cool irgendwo hier hinten hat es doch Pferde gehabt das muss ich unbedingt ich muss unbedingt ein Pferd kriegen damit es einfach ein bisschen schneller geht mit dem Rennen ja ich möchte vor allem dieses Gebiet hier sehen und hier jetzt auch Sand aber das ist zu nah äh Kühe hat es hier aber hier hat es irgendwo noch Pferde gehabt hm was ist das hier hier ist Bienen oder hm hier sind Fische ich dachte ich hätte hier irgendwo Pferde gesehen wir müssen vielleicht noch ein bisschen umschauen ringsum oder waren sie dort vorne ähm naja man sieht eben auf dem da eigentlich nicht viel wenn es weit weg ist ein ok ein Schaf uah jetzt geht es wieder runter ist das für ein Baum auch ein Rot ähm Mammutbaum ähm schade ich hätte gedacht hier jetzt Pferde gehabt sind die Dispo und kann doch sein hm also hier waren wir noch nicht was ist das ich glaube das ist das gleiche der gleiche Baum wie den wir haben ähm im Dorf beim Holzfäller hm ohne schöne Schlucht cool sehr weiss dort hinten volle Diorit glaube ich ist das Diorit ja Diorit muss Diorit sein weil das anders ist haha Tann-Lavendel cool ein großer oder ein riesen Lavendel so also können wir mal hier schön ein bisschen Aussicht schauen wenn wir oben sind ist recht groß der Berg ok da geht es sehr weit in die Richtung das ist da unten ein bisschen Licht Lava schön ein wunderschönes Biom ok das geht ja extremst hier hätten wir auch einen grossen Wald noch ja der gleiche haha haha es ist einfach extrem wie manchmal einfach die Biome unterschiedlich und schön einfach zusammen passen wow ok so jetzt sind wir eigentlich hier oben und können eigentlich auf die Stadt runter blicken wenn sie dann fertig ist müssen also wieder hochkraxeln dann mal aber man kann eigentlich hier dann schön sehen die wird wahrscheinlich schön hier ankommen irgendwann wird sie schon fertig sein oder also wir machen eine zweite daneben aber hier ist es zu steil hier können wir natürlich keine Stadt fahren ok irgendwo an diesem an dieser großen Wiese hier oder Strand müssten irgendwo Pferde sein ja jetzt haben wir schon ein paar Parts und auch eine Leiste mit dem Dorf gebracht jetzt müssen wir kurz mal etwas anderes machen natürlich wollen wir vorwärts kommen aber die Materialien die werden halt immer wieder weg sein und ja wir müssen ja auch irgendwo formen können und auch mal zu Hause sein um irgendwas herzustellen jo jo ah ok Lama es ist auch nicht schlecht aber die kann man ja nicht gut steuern ok sehr schön oh hier ist ein Spawner was wärs eigentlich was wärs eigentlich ein Spennenspawn hm und ein Meteorit oh das ist unter was das sind doch Früchte von einem Baum oder lol keine Ahnung was das für Früchte sind keine Ahnung was das für Früchte sind was hier uns Frucht ok cool ey das ist richtig spannend hier ja ja wir haben ja noch genug Zeit wir können noch ein bisschen uns umschauen Tamarind will ich nicht unbedingt ein Pferd haben dort damit ich nicht immer ständig Banane geh so weit rennen muss ja genau die sind es wo diese Muscheln einfach abbauen und der Sand wird einfach zum normalen Sand das sind ja Sandwellen genau sehr viel Salz überall bitte ein Pferd bitte ein Pferd also das ist der Baum von diesem Aken aus New York ne boah hier ist es aber ziemlich weht wehtes Korn haben wir schon ich glaub das werden die die so groß dann wachsen wenn ich einen habe aha ah nicht runterfallen irgendwo schon wieder dunkel wo könnten Pferde sein ey also ich geh jetzt lieber Richtung Dorf wieder aber das ist jetzt gerade der richtige Dorf wenn wir keine Pferde in der Nähe haben ich hab glaube ich im live stream was ja gesagt ich möchte die Pferde noch irgendwo finden können ähm ähm weil ich die vom zuhause nicht hier hin bringen will die will ich ja züchten zuhause also dort wo der Ding ist der Garten also ja zum Anfang ja wo ich alles angepflanzt habe natürlich Pferde 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 ok ok jetzt können wir auch drei Blumen der Fodill ok cool haben wir ein Boot nein natürlich nicht wieso auch oder ist das in einem Rucksack ein Boot ja hier ist das Boot das ich benutzt habe genau sehr gut also hier drüben ist wahrscheinlich auch kein Pferd das ist einfach irgendwie nicht so ein Biom weiß nicht zu was das gehört aber scheinbar nicht zu einer Wiese wir müssen noch ein bisschen kurz schauen ob wir im Radar oben Pferde sind hier aber so wie es aussieht ist gar nichts hier gespawnt hier sind vor allem so ganz komische Farben für Monster ja und hier ist gleich das Dorf wieder weil hier das Konstrukt ist das können wir eigentlich auch kurz auseinander nehmen das ist wieder so ein äh Eichhörnchen schade dass man mit denen nicht so schnell machen kann etwas man braucht bestimmte Items glaube ich muss ich auch mal irgendwie nachschlagen hmmm was ist denn das ok schon eine Lösung es ist einfach dunkel das ist nicht gut für den Spawn lieber einmal kurz hell machen das ist hier ein Dorf nein das ist einfach Erde hmmm wo könnten Pferde den Spawn hier in der Nähe schade dass die Chancen manchmal so gering sind vor allem beim Spawn von Tieren oder so die sollten viel öfters kommen siehst du das für eine rote Stelle das ist Granit noch das ist einfach ein bisschen dunkelrot wegen dem Schatten sind hier irgendwo Pferde sind sie hier neben dem Fluss gewesen ich dachte ich hätte gefunden und wollte sie ja holen aber wollte ja einfach die Bewohner finden oder so aber irgendwo waren Pferde sie müssten irgendwo dort drüben gewesen sein ja ist ein bisschen schade wenn man einfach ein bisschen die Zeit verschwenden muss wenn man irgendwas nicht findet aber gut oh wie kommt man jetzt hier hoch gell hmmm das machen wir mal so ein bisschen hinten dran damit man das nicht ständig sieht ich weiß nicht das kann man nicht abbauen also da muss man irgendwas machen wow es sind aber viele Items ein Musikdienst der Bild hat Musikdisk was ist das? Knochenhelm so geile Sachen Bambus habe ich mittlerweile auch schon gefunden und angepflanzt habt ihr vielleicht gesehen noch eine Kiste nicht? langweilig okay auf dem Dach ist wahrscheinlich nichts so das haben wir auch geschafft also Bauhütte 2 ist sehr anspruchsvoll es gibt einfach viel zu viele unterschiedliche Items da müssen wir langsam dann arbeiten ähm ja wird wahrscheinlich ein zwei Parts noch gehen bis da richtig gebaut wird also ja schon gebaut wird aber bis es eigentlich fertig ist und wir alle Rohstoffe reingetan haben ja ja der ähm Holzfälder der muss einfach ein bisschen arbeiten können genau haben wir hier auch irgendwas was ist das gelbe dort eine gelbe Stange was ist das gelbe? ein Fisch wird der langsam auch mal ein bisschen besser hä der ist da weiß ich nicht was da unten ist okay hm was ist das? also das Zimt oder? ja Zimt 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 ja der Server startet ja bald oder? für Stammzuschauer so ein Server in Vanilla 1.20.1 weil Spic glaube ich noch nicht weiter ist und am Anfang wahrscheinlich einfach mal eine Welt so wie eigentlich Craft Attack oder so ist oder? dass man einfach erst noch einige Zeit richtig abbauen darf ob dafür eben alles auch schön hat zum Bauen und später dann die verschiedenen Welten einer Rollenspiel der andere Citywet Nächste ja alles was ihr wollt oder? und dann gute Plugins bis da zu cool aber wo sind meine Pferde? ich sehe ja vollauter Gras den Wald nicht mehr oder die Wiese eher nicht mehr Grape Fritz okay ist auch eine Frucht die ich irgendwie nicht so mag aber irgendwie immer Lust habe dazu geht das? also ich hätte Lust aber ja es ist eben so ein bisschen bitter und ja schmack ich jetzt nicht ganz so fein aber dennoch habe ich das habe ich einfach Lust darauf auf Odise Violets ja das sind die ähm sind das die Vergissweinen eigentlich die anderen oder die Stiefmütterchen ich weiß nicht ob sie in Deutschland auch Stiefmütterchen haben und die hat meine Mutter so gerne gehabt also es ist wirklich kein Pferd mehr in der Nähe war es bei der Hinreise die Pferde? könnte auch sein aber es ist echt ein bisschen doof wenn man einfach nicht so die Spons hat nicht mal genügend Hühner oder ja Schafe haben wir relativ wenig Tiere hier oben könnten wir sicher auch noch finden oh das ist jetzt eine coole Pflanze Tropicraft das wäre ein Mod den ich eigentlich jetzt ein bisschen widmen könnte nebenbei weil jetzt ist ja gerade sehr frostig drausen da könnten wir auch ein bisschen tropische Temperaturen das Setting gut gebrauen also Tropicraft könnte ich eigentlich in den nächsten 2-3 Parts anfangen wenn mich muss ja die Sachen aber auch finden ist da heftig der Quartier also in Säden sind das keine Pferde Wölfe dafür behaviour 9 ah, da drüben ist eine Wiese dann haben wir auch eine Übersicht die suchen nach den pferden ok das ist in so einem scrublands wieder also ich finde bei umso plenty zerstört viele sachen also zum beispiel ja wüsten nicht mehr so viele wüsten oder zu wüsten zählen der neue biome es gibt einfach gar nichts außer die meiste zeit irgendwelche büsche wälder ja schon also ja ich betreibe natürlich ein bisschen aber es ist schon ja es gehört nicht zum eintönig aber es gehört einfach zum zum schlichten wenig umfangreichen teil als dass man wirklich so ein bisschen sagt ja man möchte lieber ohne biome spielen ohne so viele biome spielen und hat die biome auch ein bisschen haben oder zum fahren aber man kann es ja früher konnte man beim so plenty als wort generell auswählen und ich habe ja normal verwendet und trotzdem so viele biome von diesem mod das ist nicht so gut ich bin immer noch am fitness machen also nicht wundern dass ich so viele höpfe das wäre ein bisschen schneller sondern also leider jetzt gibt es überall auch dieses biome normale welte gibt es zum beispiel aber normale wiesen gerade nicht also von den bestimmten äh besseren biomes mods habe ich beim so plenty am wenigsten gerne obwohl die am meisten biome haben ist es einfach für mich ein bisschen zu zu eintönig da haben wir auch wieder ein spawner gehabt rechts das sieht mal cool aus hier hat's pferd endlich und dann noch ein schimmel ich liebe schimmel ich liebe schimmel in der wohnung guten morgen zwei schimmel und ein graues pferd sprunghöhe geschwindigkeit 10 ok das graue pferd das graue pferd und eventuell das eine braune pferd und das hat ein leben mehr ok jaja dort ist ein haus wow dass wir noch pferde finden ist im party geil so schön wie lange wehst du noch mich verkraulen du grauel du grauel du grauel du grauel gib mich gib mich ist das in einem mod anders also gibt es einen mod der da was schwieriger macht irgendwann ist doch hundert prozent oder woran ja create wird eine hausforderung aber ich würde gerne ein bisschen helfen wenn ihr euch ein bisschen besser auskommt also ein paar maschinen kann ich sicher bauen ok ich habe so gut aber dennoch ähm ja ja es muss halt sich lohnen soviel ahja ich wollte zum haus noch gehen kurz ja es ist schon wieder der mod nervt einfach mit diesen vielen häusern es lohnt sich nicht rein zu gehen da ist eine mechanik zix muss ich jetzt beim krater vorbei mit dem pferd ich will einfach nicht so weit nach oben oder so viel im wasser sein hm und ja nicht irgendwo ein unfall machen ach mist hier ist überall wasser wir sind auf einer insel jetzt ok dann müssen wir leider kurz ein bisschen durchs wasser können wir noch irgendwie etwas anders machen damit überall wasser bleiben ne es geht auch nicht so wunderbar schön was haben wir denn noch sonst hier auch so gelbe bäume die leuchten bisschen strand genau hier müssen wir rüber so gut wäre doch cool wenn man in der stadt auch ein paar bäume hätte und so stangen überall damit man die leinen so da muss ich wieder ein bisschen rein oje das wasser ich finde es ja schon cool das word generator tolle sachen optisch machen aber spielerisch sollte es auch noch färben nicht so hunderttausende von flüssen und meere und ähm scrublands hehehe tomatele pflanzen habe ich glaube ich noch nicht das sind mexikanische pflanzen glaube ich was dernste noch glaube er habe ich schon aber ich nehme sie auch mal mit ich glaube ich habe sie woher sie ne ist ne ist krop top ja das ist glaube ich etwas anders also den Krater haben wir jetzt hier kann ich hier irgendwie rauf Sonnenmist ok ist sowieso besser im Uhrzeigersinn durchzulaufen da hat der Modersteller einfach nichts gedacht das ist irgendwie falsch getriggert oder einfach zu übertrieben mit der maximalen Tiefe wenn ich das schon so denke wie der das gemacht hat ja komm wir machen das mal und machen das mitten in einem Wald wo ein bisschen ein Hügel ist dann kann er so schön ja mega tief sein da hat der Trago sicher Spass komm ich mach's was ist das hier gewesen was hat hier geleuchtet war es ein Stern ok ah nein hier diese Bahn ok müssen wir jetzt hier am besten drüber fischig wenn wir jetzt die Bauhöhe zur Stufe 2 haben haben wir dann zwei Bauarbeiten bitte äh äh Pferd komm raus du dummes Pferd nicht sterben bitte können die nicht ertrinken oder was ich hab einfach ja nicht so lange gebraucht so komm schon so viel Detail sind Gräser da ist man sie fast nichts aber ok easy ok jetzt noch hier rüber ja gut könnte eigentlich eine Brücke bauen aber lieber so dauert nur noch Ewigkeiten eben man kann einfach zu wenig schnell an irgendwelche ja in irgendwelches Material kommen man kann nicht ständig irgendwie ja die ganze Zeit farmen das macht mir einfach nicht zu viel Spass ich muss ein bisschen warten oder immer wieder ein bisschen etwas anders machen und ja dann dauert es auch ein bisschen aber einfach eine einfache Brücke ohne Pfeiler mit einer Absperrung auf der Seite oder nicht mal wird ja hier schon gut reichen aber ich denke ich muss jetzt wirklich lange noch spielen um das für den nächsten Part zu haben das Kissen sehen cool aus so gleich sind wir hier mitten in der Nacht schon wieder ja Minecraft-Tage tun schon ein bisschen zu wenig lange ja warten glaube ich 10 Minuten pro Tageszeit also Tag und Nacht so kannst du sein ich mache mal kurz äh ich nehme mal dieses Holz hier und mache einfach einen Zaun ähm so ist es glaube ich ja ist die doch die falsche Seite so ich mache einfach ein bisschen äh ein Ding haben wir nicht äh Ding kleine doch sehr gut ah das tut da Matilda noch so gut also weg damit so damit so und einfach hier machen wir das mal so und nein nicht in die ähm ungefähr so zwei hoch noch mal einen vielleicht haben wir noch mehr Pferde noch und wo bist du jetzt hin hihihihi komm mit Pferde und ihre Probleme so du bleibst jetzt hier geh ich schlaf mal eine Runde dann können wir gleich nochmal schauen wegen dem Holzfälle so und während dem Video ich merde noch die Sachen die wir gefunden haben anpflanzende, Tomatilla Blaubeere die items einfach mal herholen aber noch nicht reintun zur Bauhütte ok was hast du jetzt eigentlich noch rausgeholt hm was machst du jetzt gerade? Wichten genau ich möchte das noch zeigen ich habe ja da noch eine Mangroven Setzling dass wir auch Mangroven noch anpflanzen können Trobenbaum kann ich auch mitnehmen habe ich aber glaube ich schon und der Mangroven Setzling ist nicht hier, ist er hier ja ok sehr gut habe ich ihn in einer Kiste gefunden jo Zimt na vielleicht ein bisschen Metal und Almen vielleicht auch Magic sowieso Shakada und vier vier sind die grossen Tannenbäume so diese Palmsetzlinge vielleicht auch und Mahagoni sehr schön ok wunderbar dann haben wir das auch noch kurz in der Aufnahme ähm so äh hier also Mahagoni mache ich noch nicht an Dämmerung Redwood vier auch noch nicht was haben wir was haben wir nein Froststahl setzen cool Kokosnuss Ahorn ist aber ein anderer Ahorn Fichten baldachine ok Palme glauben wir noch nicht Origin oh das sind die ganz Anfangsbäume die ganz hellen die sind so geil Trobikräfte das würde ich eigentlich noch machen gerne hm ok wir haben mal Agonia ok dann brauche ich das Inventar äh 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 da unten das brauchst du oder muss ich das anpflanzen ich muss das zuerst anpflanzen ich weiss die Linie nicht ah das dauert jetzt gerade noch kurz so ich muss mal kurz schauen ob hier Richtung Wasser noch ist also die Linie ist hier sonst knapp im Wasser nicht nein nicht so hm so ja dann muss ich da anfangen sonst wird das Haus noch abgebaut so und da drüben schön wirklich groß so jetzt kommst du wieder oh ist eins zu weit nicht hier so ja gut also ein Setzling anpflanzen nur kurz warten ich werde ihn schon mal ja bauen lassen gell der wird gut wachsen hier ist das äh Ding ok egal da müssen wir ja nicht fahren weil sie machen ja das weg die Bäume der Ton es gibt überall genügend Ton und es leckt schon wieder oje keine Ahnung wie es jetzt diesmal wieder leckt ähm hier im Dorfram so wunderbar dankeschön fürs Zusehen im nächsten Part geht es dann wieder ziemlich flott weiter mit dem Dorf dankeschön und tschüss äh sch bis